Seit mehr als 90 Jahren sorgt Klöpperterm mit elektrischen Heizsystemen für die passende Temperatur unterschiedlichster Prozesse und ist damit der verlässliche Partner vieler Industrien. Während der Planung und Entwicklung berücksichtigt Klöpperterm die individuellen Anforderungen seiner Kunden, falls erforderlich, auch für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. Fest verankerte Qualitäts- und Sicherheitsstandards sind grundlegende Faktoren bei der Entwicklung und Herstellung aller Produkte und Leistungen. Hierbei werden die Produkte in Übereinstimmung mit den jeweils anzuwendenden Regeln und Standards hergestellt. Klöpperterm bietet von der individuellen Beratung, Planung und Entwicklung über die Konstruktion und Fertigung bis zur Inbetriebnahme alle Leistungen aus einer Hand. Klöpperterm – die Spezialisten für elektrische Heizsysteme.